Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der fünfte Part meines 100 Baby Challenge Speedruns. Viel Spaß! Und heute sind wir wieder zurück bei Clemens und seinen 1000 Kindern. Okay, 1000 sind es leider noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir gerade mal bei 13. Dieser Part wird sehr, sehr aufregend, denn heute trifft Clemens Clemens und das wird sehr, sehr spannend. Falls du übrigens gern dabei wärst, wenn wir diese Challenge abschließen, dann schau morgen ab 10 Uhr auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal vorbei, denn da spielen wir diese Challenge weiter und diesmal heißt es wirklich, der Stream endet erst, wenn Clemens 100 Kinder hat. Und jetzt starten wir in den Part hinein. Und ich glaube, das wird jetzt unser neuer Boy. Wie viele Tage sind eigentlich vergangen? Ach, heute hat schon wieder wer Geburtstag. Oh, es ist schon 23 Uhr und die haben alle Geburtstag. Dann sollten wir wohl schnell nach Hause und Geburtstag feiern. Nehmen wir einfach irgendeinen mit. Mit wem haben wir noch, mit dem haben wir noch kein Baby, oder? Ich muss mal schauen. Mas, nein. Masaru, komm mit nach Hause. Okay, es haben jetzt alle ganz viele Leute Geburtstag. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich hoffe, Masaru bleibt zu lange da. Mit dem müssen wir dann ein Baby bekommen. Oder halt... Oh, wir haben keinen Kuchen mehr. Jemand hat den Kuchen angegessen. Okay, wir müssen einen neuen Kuchen backen. Eine Schokotorte. Geburtstag hat nämlich... Wer hat Geburtstag? Misty-Go-Go, Dr. Luftikus, Plumber, Odin, Bärbeldus 2 und Bärbeldus 3. Zwei werden zu Teenager und vier werden zu Kindern. Okay. Verwirrend. Schneller backen. Schneller backen. Und das kann eigentlich die Butlerin reparieren. Also, Bärbeldus. Wo ist die Butlerin? Ach, da ist ja auch was kaputt. Gibt's ja keine... Wo ist die Butlerin? Ja gut, weißt du was? Dann machst du das. Du reparierst zuerst das. Wobei, ersetzen wir es nicht einfach. Wir sind reich. Was kostet die Welt? Ersetzen. Dann fügen wir hier Geburtstag. Es steht schon wieder nicht in der Mitte. Kann man aber sagen, was ist die Mitte? Das ist die Mitte. Okay. Also. Ich hab schon wieder vergessen, wer Geburtstag hat. Habt ihr es euch gemerkt? Ich verstehe nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Hä? Standen da nicht gerade... Mehr? Also, Loki, Selino und Lea. Die haben heute eigentlich nicht. Heute haben eigentlich Bärbeldus 2, Bärbeldus 3 und die ganz Kleinen. Genau. Misty Go-Go, Dr. Luftikus, Plum Bob und Odin. Die hatten gestern Geburtstag. Ja, das ist sehr verwirrend. Gut. Das schaffen wir jetzt. Zuerst mal Bärbeldus 2 und 3. Gut. Dann habt ihr jetzt das erste Geburtstag. Nicht Glasur probieren. Kerzen auspusten. Gut. Und dann kann gleich mal Bärbeldus 3 herkommen. Du hast auch Geburtstag. Selino hat eigentlich morgen. Also, heute, aber eben vor Mitternacht noch. Misty hat heute. Setz dich hier hin. Dr. Luftikus hat heute. Plum Bob hat heute. Und Odin und Loki haben eigentlich auch heute, aber erst... Was ist mit Selino? Okay. Ach, verwirrend. Warum habt ihr jetzt nicht Geburtstag? Puste die Kerzen aus. Und dann Bärbeldus 2. Du musst auch die Kerzen auspusten. Speichere mal. Irgendwie leckt mein Spiel sehr. Ich glaube, das liegt daran, dass wir so viele Kinder haben. Oh Gott. Bärbeldus 2 hat das erste Geburtstag. Er ist kindisch. Und dann geben wir ihm Öko-Fanatika und kindisch. Vielleicht könnten wir ihm ja das... Wo ist denn das? Es gibt doch... Ist das da? Eben, was dazu passt. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Freiberuflicher Botaniker. Nein, das meint ihr nicht Öko-Innovator. Das geben wir ihm. Ich glaube, das passt ganz gut. Jetzt ist Bärbeldus 3 dran. Büg mal Geburtstagskerzen hinzu. Und dann hast du auch noch Geburtstag. Der hat auch graue Haare. So viele unserer Kinder haben graue Haare. Was ich komisch finde, dass sich so oft die Haare ändern, wenn sie älter werden. Das habe ich irgendwie sonst nie. Sonst haben die immer noch die gleichen Haare, wenn sie älter geworden sind. Aber jetzt irgendwie gar nicht. Clemens, du kannst dich jetzt auch mal nützlich machen und mit deinem Mann flirten. Wo ist der denn? Der ist doch noch da, oder? Da. Mach ihm mal ein Kompliment. Dann... Ersten Kuss erleben. Perfekt. Dann kannst du ihn betören und dann könnt ihr gleich Techtelmächteln. Dann haben wir wieder ein paar Kinder unterwegs. Und... Wieso hast denn du jetzt nicht Geburtstag? Ich verstehe es nicht ganz. Hab Geburtstag, Kind. Ach, perfekt. Dann hat sie jetzt Geburtstag. Bärbeldus 3. Ist jetzt eigentlich ein Mädchen oder ein Junge? Ich verstehe nichts mehr. Unberechenbar und Chaot. Wow. Finde ich toll. Was wird denn zu ihr passen? Ich gebe ihr einfach Wehrwolf-Initierung, dass sie halt ein Wehrwolf werden möchte. Sie ist ja unberechenbar. Vielleicht wünscht sie sich das. Sie hat jetzt auch graue Haare? Also ist ein Er. Ist ein Er, oder? Ist ein Er, glaube ich. Ja. Gut. Dann fügst du da gleich nochmal Geburtstagskerzen hinzu. Denn deine kleinen Geschwister haben halt auch noch Geburtstag. und zwar Misty Go hat heute Geburtstag. Ist das da vielleicht nach Alter sortiert? Ah, perfekt. Dann haben heute Geburtstag Wo ist denn Misty Go? Misty Go Go. Dann haben heute alle Geburtstag, die Ich fotografiere mir das kurz ab, sonst habe ich das in zwei Minuten schon wieder vergessen. Heute haben alle Geburtstag, die bei Misty, also am gleichen Teil geboren wurden wie Misty Go. Misty Go Go eigentlich. Wow, es ist echt schon sehr kompliziert alles miteinander. Und ich kenne mich nicht mehr so gut aus. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch da besser durchblickt, aber ich bin schon voll verwirrt einfach. Wie geht's da eigentlich euch? Ach, euch geht's sehr gut. Das passt perfekt. Können wir jetzt endlich Baby machen? Sehr gut. Gut, die gehen jetzt Baby machen, während Bärbelduss 3 hilft, dass seine Geschwister älter werden. Das ist doch schön, wenn man Kinder hat, die alt genug sind, um sich um die anderen zu kümmern. Das finde ich super. Misty Go Go feiert Geburtstag. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie aussieht. Oh oh. Oh jetzt, okay. Man merkt, mein Spiel ist schon ein bisschen überfordert. Ich gebe es zu. Und du fügst jetzt gleich mal wieder Geburtstagskerzen hinzu. Perfekt. Jetzt hat auch Misty Geburtstag. Auch sie ist eine Öko-Fanatikerin. Jetzt haben wir da schon zwei. Ich gebe ihr einfach mal das Sozialbestreben. Oh, sie ist süß. Und jetzt hat noch Geburtstag der ganz Kurzhaarige. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Odin. Genau. Dann hat Odin heute noch Geburtstag. Also Odin ist älter geworden. Er ist düster. Oh nein. Ja, dann geben wir ihm vielleicht Kreativität. Dann wird er so ein trauriger kleiner Maler oder sowas. Und dann fügen wir noch Geburtstagskerzen hinzu. Ach stimmt. Wer sind denn eigentlich die Vampir-Babys? Oh nein. Ich habe die Rechnung nicht bezahlt. Ja gut. Das machen wir gleich. Zuerst feiern alle Geburtstagen. Wobei. Werbeldust 2? Mach du das doch mal. Unter Haushalt 17.000. Ach, das ist ja sehr, sehr günstig. Sehr, sehr günstig. Das nächste Kind feiert Geburtstag. Loki. Perfekt. Und dann wieder Geburtstagskerzen hinzufügen. Denn dann hat auch schon das nächste Kind Geburtstag. Nur noch 2. Dann sind wir wieder durch für einen Tag. Wir brauchen mehr Torten, glaube ich. Clemens, back du einfach jetzt mal noch ein paar Torten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Dann können wir das am nächsten Tag mehr auf einmal machen. Weil so ist das ein bisschen stressig. Wenn man dann immer wieder neue Kerzen hinzufügen muss, dann machen wir das besser so. Also Loki hat gerade Geburtstag. Dann noch Dr. Luftikus. Nein. Die soll uns in Ruhe lassen. Oh, die Butlerin nervt ja. Ich entschied dir das mal kurz, weil irgendwie hättet ihr älter werden sollen. Aber es hat nicht geklappt. Wo geht das schnell? Ich schaffe das ja gerade eh nicht. Hä? Ich bin überfordert. Okay, die muss dann nochmal. Gut, dann gibt ihr jetzt was zu essen. Oh nein, die Kinder müssen gleich in die Schule. Und dann haben wir keinen mehr, der sich um die Kinder kümmert. Toll. Ja, dann... Bitte jetzt die Butlerin, um was zu essen. Einsam und verlassen. Keiner mag mich, keiner wird mich jemals mögen. Warum sollte ich mich noch bemühen? Oh, sei nicht traurig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, weil du eines unserer tausend Kinder bist. Aber wir sagen, ich werde dich immer lieben. Und überlege, was du gerne machst. Ja. Finde ich schön, wie sich unsere Kinder entwickeln. Und Dr. Luftikus ist älter geworden und ist ein Einzelgänger. Spannend. Dann bekommt er das Mentalbestreben. Gut. Dann fügen wir gleich mal wieder Geburtstagskerzen hinzu. Ähm, wissen wir jetzt eigentlich schon, ob er schwanger ist? Ich weiß nicht. Und sollte er nicht backen? Wieso backt er keinen Kuchen? Pack mal eine weiße Torte. Äh, gut. Helfen, Kerzen auszublasen. Dann haben wir noch Plumbob. Und Loki geht es jetzt auch schon wieder besser. Das heißt, Loki kann dann eigentlich auch endlich feiern. Du feierst jetzt nicht ab, Clemens. Du machst jetzt diesen Kuchen endlich weiter. Werbeldust 3 macht anscheinend irgendwas im Garten. Das ist so verwirrend. Und die Pflanze Apfel konnte nicht keimen. Ja, schlimm. Wirklich fatal. Gut. Dann hat als nächstes jetzt Plumbob Geburtstag. Bin schon sehr gespannt, wie er dann aussieht. Gut. Plumbob wird jetzt älter. Und zwar ist er vegetarisch. Und ich gebe ihm einfach Kreativität. Warum nicht? Ist ja egal. Toll. Gut. Dann wird Clemens hier nochmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Und auch hier Geburtstagskerzen hinzufügen. Und einen Sim haben wir, glaube ich, noch, der Geburtstag haben muss, oder? Helfen, Kerzen. Genau, Loki. Perfekt. Ach, ist das stressig. Das geben wir ihm in den Kühlschrank. Dann kann Clemens ein Stück Kuchen essen. Dann macht er endlich einen Schwangerschaftstest. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass er... Ach so, er hat schon die Stimmung. Ach so, nein. Das ist ein neues Baby. Ja, okay. Er hat noch keinen Schwangerschaftstest gemacht. Ist jetzt endlich Geburtstag, Loki. Das wäre wunderbar. Ja. Sehr gut. Auch Loki hat Geburtstag. Katzenfreundin. Oh, das ist süß. Und motorisch. Wir haben auch eine Katze, Loki. Nur leider kümmert sich nie wer um sie. Du könntest dich ja mal um sie kümmern. Warum nicht? Gut. Clemens isst jetzt da draußen sein Stück Kuchen. Sitzt da mit seinem Kind. Mit dem Odin. Die verstehen sich sehr, sehr gut. Masaru. Haben wir von dem schon ein Kind? Weiß ich gerade nicht. Aber nein, danke. Wir haben gerade keine Zeit. Wir sind schon schwanger. Danke, dass du meinen Knopf betätigt hast. Ich finde diese Benachrichtigung von den Spielzeugen irgendwie manchmal ein bisschen creepy. Also ich weiß nicht, warum. Jetzt ruft er uns schon wieder an. Was? Misty wurde heute dabei erwischt, wie sie während eines Tests mit dem Handy nach Antworten suchte. Oh mein Gott. Sehr dramatisch. Ja. Der Test sollte wiederholt werden. Für zwei Essen. Gruppenprojekt. Ach, ist mir egal. Für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch. Clemens ist schon wieder schwanger. Einfach schon wieder. Ja. Gratuliere. Dann kann er dann gleich mal duschen gehen. Und dann geschlafen. Haben wir nicht mehr genug Betten? Ich glaube, wir haben nicht mehr genug Betten, oder? Ja. Aber ist eigentlich egal. Die schlafen alle irgendwo. Äh, gut. Sie mag Fitness. Och Gott, ist das chaotisch. Ist das chaotisch. Aber ist nicht so schlimm, weil morgen ziehen die Ersten aus. Vielleicht gebe ich sie einfach zu dritt in eine WG oder so. Das wäre irgendwie eine coole Idee. Und weiter geht's mit dem Spiel. Also, morgen haben wir dann die Ältesten Geburtstag. Wenn ich mich richtig erinnere. Ach, heute haben auch noch welche Geburtstag. Leer. Och Gott. Ja gut, die werden zu Teenagern. Oh Gott, das ist so verwirrend alles. Nein, ich möchte keine Stipendien. Ja gut, dann kann der jetzt mal schlafen. Und sobald die Kinder zu Hause sind, können die dann Geburtstag feiern. Oder wer hat nochmal Geburtstag? Warum merke ich mir das nie? Selino. Ach, die. Okay, ja, die sind jetzt in der Schule, glaube ich. Genau. Selino, Clotildus und Lea. Wenn die von der Schule daheim sind, können sie aber eigentlich gleich älter werden. Weil, dann haben wir das auch hinter uns. Dann haben wir die nächsten Teenager. Und morgen, wenn dann das Baby kommt, werden auch sie zu Erwachsenen. Was wirklich sehr super ist. Weil, dann können sie ausziehen. Und dann haben wir weniger Sims. Wobei, Clemens ja schon wieder Babys bekommt. Und vermutlich bekommt er wieder fünf oder so. Man weiß es ja nicht. Und ja. Das wird sehr, sehr schön. Ich freue mich. Nein, wer hat denn jetzt den Kuchen angegessen? Ach. Clemens, du musst noch einen Kuchen backen. Ach, du schläfst doch. Kann wer anders? Bärbeldus 2. Back du doch. Zuerst darfst du da was essen. Und dann darfst du einen Kuchen backen. Ich glaube, du hast noch nie einen Kuchen gebacken. Aber es ist nicht so schlimm. Du hast das ganz schnell lernen, versprochen. Was macht der hier denn die ganze Zeit? Abfeiern. Wieso möchtest du abfeiern? Ich glaube, den muss ich dann auch mal zurücksetzen. Weil der macht komische Sachen. Aber gut. Bärbeldus 2. Der Kuchen ist fertig. Sehr schön. Kannst du den abstellen irgendwo? Ja. Also in der Schule ist keiner sonderlich gut. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Die haben sich noch nie um die Schule gekümmert. Aber perfektes Timing. Denn jetzt haben die Drehlinge Geburtstag. Also ich glaube, dass es... Ja, die Drehlinge haben Geburtstag. Und wir haben zwei Kuchen. Dann hat noch Geburtstag. Unser Klo-Tildus. Kannst dir auch die Kerzen auspusten. Und dann hat auch noch Lea Geburtstag. Ganz schön stressig mit diesen Sims. Klo-Tildus ist älter geworden. Und er ist gemein und vegetarisch. Das ist doch schön. Wir haben schon so viele gemeine Sims irgendwie. Machen wir ihn... Ach, wir geben ihm ein Teenager bestreben. Wir machen ihn... Zum Drama-Lama. Das passt doch zu einem gemeinen Sim. Und dann... Oh, das sieht wild aus. Kann er gleich wieder Geburtstagskerzen hinzufügen. Der ist ein Vampir. Und Selino, Mario ist düster. Und... Ja, sie wird Profischauspielerin. Die sind doch alle Vampire. Was hat er da? Oh. Oh nein. Die werden alle sterben. Ich sag's euch. Die sind jetzt nämlich alle Vampire. Und ich kann noch nicht mit Vampiren umgehen. Selino fügt da mal wieder... ...Kerzen hinzu. Und da kann auch wer Kerzen hinzufügen. Nein, warum hast du sie... Ah! Sims sind so nervig. Jetzt hat Misty unsere Torte angegessen. Misty! So, jetzt haben wir nur mehr eine. Und Lea hat auch Geburtstag, oder? Lea hat nicht Geburtstag? Ach doch. Lea hat auch noch Geburtstag. Gut, dann kann Lea jetzt sich auch noch etwas wünschen. Und Selino liegt hier am Boden und macht Sit-Ups. Ist das schön. Back mal noch eine Torte. Wir brauchen immer Geburtstagstorte in Reserve. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Hier frisst auch die Katze die Torte an. Ist das schön. Okay, dann fügen wir da noch Geburtstagskerzen hinzu. Und Lea ist unberechenbar. Und ein Bücherwurm. Dann gebe ich ihr mal... Hm. Wissen. Warum nicht? Sie ist ja auch ein Vampir. Sie möchte Meistervampirin werden. Wait, sind nicht alle drei Vampire? Also Selino ist doch auch ein Vampir, oder? Grübler. Nicht, hä? Lea? Ich dachte, es sind alle drei Vampire. Aber doch nicht. Schräg. Hallo Clemens. Ich wollte dich anrufen, um dir zu sagen, dass Shigeru Nishidake verschieden ist. Ich dachte und möchte es das vielleicht wissen. Oh, ich glaube, das ist unser erster Mann gewesen. Ich schätze mal, das ist der Vater von... Ach nein, von wem? Von wem ist er der Vater? Nein? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da wollte ich nicht hin. Also. Selino? Nein. Er ist nicht der Vater von Selino. Von Misty? Nein. Von Plumber? Ja. Ach, der Vater der Fünfflinge ist gestorben. Ach, schade. Die sind jetzt alle ein bisschen traurig, weil der gestorben ist, zu dem eh alle keinen Kontakt hatten. Aber Sims sind da ja immer ein bisschen... ...speziell. Ach, ich muss den, glaube ich, zurücksetzen. Ja, jetzt hat er sich wieder eingepieselt. Schön. Freut mich. Nimm mal eine Dusche. Und dann... Die können sich irgendwie alle nicht um sich selbst kümmern. Ich sag's euch. Sims sind absolut nicht überlebensfähig, wenn man sich nicht alle zwei Minuten um sie kümmert. Und die Butlerin schläft schon wieder. Steh auf. Wir brauchen Essen. Wir haben nichts mehr zum Essen. Die macht irgendwie gar nichts. Die schläft einfach nur den ganzen Tag lang. Die macht absolut nichts. Finde ich toll. Ist er schon im dritten Trimester? Ja, perfekt. Hm. Wer bedürzt... Wow. Die machen echt gar nichts. Ja gut. Ich muss mich ein bisschen um ihre... Ich klicke einfach da mal überall drauf. Dann können die sich um ihre Bedürfnisse kümmern. Kümmert euch um eure Bedürfnisse. Habt ihr das gewusst, dass man da draufklicken kann? Ich hab das ewig lang nicht gecheckt, dass das geht. Ich mein, das Problem ist, ich weiß jetzt halt nicht, in welchem Bett die dann schlafen. Oh mein Gott, es geht allen so schlecht. So. Weil ich jetzt Vampire habe, müssen wir natürlich Plasmabeutel bestellen. Können wir das schon? Ach nein. Gut. Dann wirst du jetzt einfach mal recherchieren über Vampirgeheimnisse und vielleicht können wir das dann. Kümmert euch alle um eure Bedürfnisse, Kinder. Ach den... Wo bist denn du? Wieso bist du denn Skifahren? Wer hat denn gesagt, dass du Skifahren gehen sollst? Ja, mach Sport. Ähm, Kind. Wow. Odin macht, was er will. Gut. Dann sollte jetzt jeder alles machen. Also jeder sollte sich jetzt um seine Bedürfnisse kümmern. Ob es wirklich so ist, weiß ich halt nicht. Aber ich hoffe. Dann werden wir zur Butlerin mal bitte sagen, sie soll jede Menge Essen kochen. Weil wir sind tausend Leute in diesem Haushalt und wir haben nie genug Essen. Und das gibt's doch nicht. So. Äh. Hey, Bärbeldus 2. Du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen möchte. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ja, klar. Aber wer ist diese Frau, Bärbeldus? Woher kennst du die denn? Die nerven mich. Die Kinder nerven mich. Ich sag's, wie's ist. Irgendwie kümmern die sich absolut nicht um ihre Bedürfnisse. Die machen alle nicht, was sie tun sollen. Okay. Schön. Wahnsinnig schön in einem Haushalt zu spielen, wo so viele Sims sind. Kann ich nur empfehlen. Kann ich jedem von euch empfehlen. Ich hoffe, ihr macht auch mal einen 100 Baby Challenge Speedrun. Es ist gar nicht nervig. Es ist voll entspannend. Ja. Total. Und heute haben, also morgen in zwei Stunden, haben dann ja auch schon die Drillinge Geburtstag. Jetzt spielt Clemens da mit einem Kinderspielzeug. Okay. Und ich glaube, ich lasse sie gleich mitten in der Nacht älter werden und lasse sie dann gleich ausziehen. Einfach, dass sie mich nicht länger nerven. Vielleicht ziehen sie zu dritt einfach in eine WG in St. Malschuna oder so. Ich glaube, das wäre irgendwie ganz süß. Weil morgen kommen ja dann eh schon wieder mehr Kinder und dann haben wir zumindest mal ein bisschen Luft. Ein bisschen. Wir haben gleich 12 Uhr. Was ja gut ist. Das bedeutet, dass unsere Ältesten groß werden. Geh schnell auf die Toilette. Und dann wirst du erwachsen. Und dann kannst du ausziehen. Ich freue mich schon sehr. Du kannst mal die Kerzen auspusten. Dann Laurent. Wieso haben hier alle dieses Abfeuern? So, aber zuerst wird mal Laurent erwachsen, weil irgendwie macht Bärbel das schon wieder nicht das, was er soll. Aber gut, dann wird eben Laurent zuerst erwachsen. Ist ja kein Problem. Und er hat dir jetzt auch noch sozial unbeholfen. Wow. Böse, Recycling-Fan und sozial unbeholfen. Aber hier hatten wir doch schon Staatsfeind. Das lassen wir einfach. Also Laurent ist älter geworden. Das heißt, Laurent, es tut mir sehr leid, aber du bist jetzt weg aus der Familie. Bärbeldus, du bist dran. Sich etwas wünschen. Und dann auch noch unsere Misty. Sich etwas wünschen. So. Bärbeldus ist älter geworden. Nicht kokett. Hersteller. Und liebt die Natur. Ja, dem geben wir irgendein Natur bestreben. Da hat er ja auch schon eines. Ähm, wir geben ihm Outdoor-Fan. Perfekt. Schön. Und dann... Unsere Misty wird jetzt älter. Perfekt. Sehr schön. Sie ist Kunstliebhaberin, ein Snob und böse. Ich glaube, dann geben wir irgendwas mit Kreativität. Herausragende Malerin. Perfekt. Ja, auch sie hat natürlich die Highschool bestanden. Weil sie war sehr, sehr oft auf der Highschool. Hier nochmal bitte Geburtstagskerzen hinzufügen. Und jetzt wird auch Misty aus Familie entfernen. Perfekt. Gut. Unsere Vampirin hat leider Durst. Äh. Die Butlerin. Wem sonst? Wir werden die Butlerin zu einem ausgiebigen Trank nötigen. Wir haben doch noch einen Vampir. Genau. Der Clou. Du kannst dann auch von ihr trinken. Oder trinkst du einfach von... Weißt du was? Du trinkst einfach von Bärbelduss. Er ist immerhin dein Bruder. Er erlaubt dir das sicher. Ihre Vampirfarne ist einfach ganz normal wie ihre echte Form. Spannend. Ach, der Erste wird bewusstlos. Ist das eine tolle Feier? Ach. Auf keinen Fall. Bleib mit deinen Fangzähnen bei dir? Ja, okay. Entschuldigung. Huch. Der ist nicht lieb. Ja gut, dann... Ach, die können wir nicht anzapfen. Damit Clotildus jetzt nicht verdurstet, müssen wir ihm schnell jemanden suchen, von dem er trinken kann. Weil von unserer Butlerin können wir nicht mehr trinken. Ich hoffe, da finden wir noch jemanden. Hier ist doch... Ach, ist das Lilith? Okay. Von einem anderen Vampir kann man wohl kaum trinken. Okay. Trink mal von der Frau und dann gehst du ganz schnell wieder rein. Weil sonst... Verbrennst du in der Sonne. Angespannt. Seltsamer Durst wegen Manifestieren der Vampirkräfte. So durstig. Aber Wasser genügt irgendwie nicht mehr. Okay. Ja gut, du könntest dich eigentlich ein bisschen mehr über das Ganze informieren. Einfach nach Vampirgeheimnissen suchen, weil dann können wir früher oder später Plasma bestellen, was natürlich voll brauchbar wäre, weil ich weiß ja nicht, ob nicht noch mehr, da ich mich mit Plasma bestens auskenne, weiß ich diesen außergewöhnlichen, befriedigenden Trunk sehr zu schätzen. Okay. Gut. Weil ich weiß ja nicht, wie wir das dann machen, wenn wir noch mehr Babys bekommen sollten, die Vampire sind. Und das ist ja sonst voll blöd, wenn wir immer uns drum kümmern müssen, dass wir wen aussaugen. Das geht mit Plasma halt schon viel einfacher. Gut. Wann haben denn die nächsten Geburtstag? Morgen. Okay. Morgen werden die Fünflinge... Oh, wir haben einfach Fünflinge. Zu Teenager. Das ist doch schön. Und dann am Samstag werden die zu Erwachsenen. Gut. Ich glaube, wir werden den Tag jetzt aber wieder woanders verbringen. Einfach, weil mich diese große Familie stresst. Und vielleicht reisen wir mal ganz woanders hin. Wo waren wir denn noch nie? Gehen wir mal nach Tartosa. Ich mag Tartosa sehr gern. Dann können wir hier hinreisen, uns ein bisschen umschauen, vielleicht ein paar Leute kennenlernen. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Und wir sind da. Es ist sechs Uhr früh. Wir sind in Tartosa und Clemens trägt seine Schlafkleidung. Ist das schön? Wunderschön. Oh, heute ist das Winterfest. Na, das wird für alle schrecklich sein. Ich sehe es schon kommen. Wir sind der Weihnachtsmann, aber wir feiern das Winterfest nicht. Wie schön ist das denn? Ja, hier ist doch gar niemand. Jetzt können wir da noch keinen kennenlernen, weil da niemand ist. Clemens, mal hier einfach ein großes, klassisches Gemälde. Was ist denn hier los? Hat er fertig gemahlen? Nein. Wieso hat er aufgehört? Clemens, was ist los mit dir? Aber gut, du darfst auf die Toilette gehen. Das erlaube ich dir. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Also, um 20 Uhr taucht Väterchen Frost ja immer auf. Und ich bin gespannt, ob das dann sein wird oder nicht. Wieso gehst du nicht aufs Klo? Oh, er hat sich schon wieder eingepieselt. Und jetzt ist er auch noch in den Wehen. Okay, wir gehen wieder nach Hause. Es kommen mehr Babys. Gut. Clemens, es ist soweit. Du bekommst jetzt wieder Babys. Clemens bekommt ein Baby. Wie viele werden es diesmal? Ein Junge. Also, dann wird das jetzt Samor. Samor Frost. Schön. Und das zweite. Noel. Aber dieses komische E kann ich halt leider nicht machen. Das gibt es auf der deutschen Tastatur leider nicht. Aber machen wir einfach so. Zwillinge. Okay. Zwei Babys. Das ist in Ordnung. Damit können wir umgehen. Dann werden wir gleich beide mal älter werden lassen. Oh mein Gott. Das ist dieses Baby schreien. Dieses Baby schreien. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ja. Samor ist ein neugieriges Kind. Und Noel ist auch neugierig. Also, wir haben zwei Babys mehr. Das heißt, wir haben jetzt... 15. Fast sieben Stunden und 15 Babys. Das ist viel weniger als gedacht. Viel weniger als gedacht. Okay. Dann werden wir jetzt aber wieder abhauen. Und zwar wird Clemens jetzt wieder in seine altbekannte Bar reisen. Dort wird er jetzt duschen, etwas essen, schlafen und Babys machen mit irgendwem. Genau 15. Ja. Riku haben wir noch keine. Dann laden wir den mal ein. Hast du ihn eingeladen? Nein. Lad doch den ein. Lad den Riku ein. Lade Riku ein. Also Riku. Ach Gott. Du wirst ihn gleich mal betören und dann werden wir, glaube ich, gleich mal Babys machen. Ganz, ganz schnell Babys machen. Dann haben wir das hinter uns. Dann sind wir wieder schwanger und dann geht's weiter. Wir brauchen mehr Babys. Es geht nicht, dass wir so lange brauchen für die Babys. Das gibt's doch nicht. Das geht doch nicht. Flirt mal mit ihm. Bitte hört. Wird er gerade, hoffe ich? Nein, wird er nicht. Bitte hört ihn doch. Ach so. Perfekt. Jetzt ist er bitte hört. Sehr gut. Äh. Könnte er jetzt Techtelmechteln? Nein. Ähm. Sehr gut. Was? Nein. Der möchte nicht mit uns Techtelmechteln? Wie jetzt? Geh mit uns Baby machen. Riku. Hä? Flirt mal mit ihm. Wieso möchte er mit uns nicht Babys machen? Ach so. Möchte er doch. Gut, gut. Ich dachte, er möchte nicht. Das hätte ich jetzt komisch gefunden, wenn er auf... Hey. Was? Riku. Lass uns Babys machen. Och. Irgendwie funktioniert das nicht so. Wir können ihn schon wieder nicht mehr anklicken. Was ist das manchmal? Ich setze dich mal zurück. Jetzt geht's. Okay. Der wollte doch schon wieder abhauen, oder? Okay. Wir müssen ihm nochmal die Wange streicheln. Dann werden wir flirten. Der möchte einfach nicht Babys machen mit uns. Ich verstehe es auch nicht. Aber ist egal. Dann darf Clemens jetzt doch schlafen gehen. Laurent schreibt uns herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Du bist auch unser Kind, Laurent. Sims sind komische Wesen. Die glücklichste Stunde für geizige Sims. Es gibt alle Getränke zum halben Preis. Sehr schön. Okay. Och, der ist wütend. Wieso bist du denn jetzt wütend? Ich möchte mit dir techtelmächteln, Riku. Ach, wir müssen ihn gar nicht betören. Das ging auch so. Ist einfach so creepy. Stellt euch das vor. Der Weihnachtsmann, Mr. Clement Frost, verbringt 90% seines Lebens in dieser Bar und schleppt Typen ab. Das ist alles, was er macht. Und dann geht er nach Hause, bekommt Babys und kommt wieder her. Und das ist so sein ganzes Leben. Das ist schon ein bisschen creepy. Und irgendwie geht es unseren Kindern voll schlecht. Ach so, weil ihr Vater gestorben ist. Ja, das verstehe ich tatsächlich. Wieso geht das nicht? Wieso können wir mit dem nicht techtelmächteln? Nein, ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Ich glaube, jetzt geht es endlich. Geht es endlich? Na, endlich. Das war jetzt aber... Ja, das hat gedauert. Misty ruft uns an. Hallo Clemens, ich glaube, ich habe mich in Tomax Colette verknallt. Ja, klar. Starte einen Versuch. Unsere liebe Misty ist anscheinend nicht mehr obdachlos. Nein, ich würde echt gerne wissen, ob unsere Kinder schon wo wohnen. Wir haben jetzt eine Stimmung miteinander. Oh. Ja, keine gute. Upsi. Gut, dann macht er jetzt einen Schwangerschaftstest. Ja, unser Clemens ist wieder schwanger. Wie könnte es anders sein? Dann isst er unten noch ein Brot und dann wird er wieder mal hier schlafen. Weil zu Hause ist es halt einfach zu stressig. Und deshalb, ja. So, dann kannst du dir noch die Hände waschen. Oh, den Kleinen geht es gar nicht gut. Ähm. Ihr lasst eh nicht die Babys verhungern, oder? Ähm. Kann ich sagen, dass ihr euch um... Nein, kann ich nicht. Gut. Ich hoffe, sie lassen die Babys nicht verhungern. Und wenn Clemens dann da was gegessen hat, dann gehen wir wieder nach Hause. Und ich glaube, dann könnten wir eigentlich gleich einen Geburtstag feiern. Können wir als Clemens Frost mit Clemens Frost ein Kind bekommen? Mach ihm mal ein Kompliment. Sag ihm, dass er gut aussieht. Das ist das beste Bild, das ich jemals in Sims gesehen habe. Clemens Frost flirtet mit Clemens Frost. Also, perfekt. Heute haben die alle Geburtstag. Die können dann eigentlich gleich mal feiern. Wer bist denn du? Wie wär's, wenn du noch einen Kuchen backst? Dann haben wir nämlich drei Kuchen. Ich glaube, drei Kuchen passt besser, wenn so viele Geburtstag haben. Und das geht sich dann gut aus. Heute Geburtstag haben Loki, Misty Go-Go, Dr. Luftikus. Okay. Loki und Misty Go-Go. Ihr beginnt mal. Misty Go-Go. Kerzen auspusten. Odin auch. Odin auch. Und Odin. Odin ist ein Snob. Okay. Und er wird einfach jetzt ein Sportler. Gut. Odin, wo bist du? Fügt er gleich mal wieder Kerzen hinzu. Und jetzt hat auch noch Misty Go-Go. Ja, perfekt. Und Misty hat jetzt auch Geburtstag. Und sie ist laktoseintolerant. Und eine Öko-Fanatikerin. Das klingt doch so, als wäre sie vegan. Gibt's dafür ein... Nein, gibt's nicht. Aber sie könnte... Saubertrankproduzentin werden. Das klingt doch gut. Dann fügen wir auch hier wieder Geburtstagskerzen hinzu. Und hier. Und dann feiern wir die nächsten Geburtstage. Gut. Perfekt. Denn es feiern Dr. Luftikus. Oh, Dr. Luftikus hat so coole Haare. Okay. Dr. Luftikus ist kleptomanisch und ein Einzelgänger. Das klingt sehr creepy. Aber den geben wir dann am besten auch gleich mal Staatsfeind. Und jetzt hat auch noch Plumbob Geburtstag. So viele Geburtstage auf einmal. Und... Was macht... Okay. Er möchte wieder einen Kuchen backen. Er ist ein Spinner und vegetarisch. Plumbob, du... Ja, geben wir dir einfach mal Meisterkoch. Gut. Und dann müssen wir ganz schnell überall noch Kerzen hinzufügen. Ganz schnell überall Geburtstagskerzen hinzufügen. Denn ein paar haben ja noch Geburtstag. Wer hat denn noch Geburtstag heute? Heute haben nur mehr Loki und Noelle. Okay. Wie jetzt Noelle? Warum hat dann Samor nicht? Okay, da ist ein Bug. Samor und... Noelle sind doch Zwillinge. Gut. Aber Loki, als erstes bist jetzt mal du dran. Äh... Loki, komm mal von der Schule nach Hause. Ja. Denn du kannst dir etwas wünschen. Misty, du hilfst jetzt mal. Noelle, die Kerzen auszublasen. Und Odin, du hilfst... Es ist echt... Samor, die Kerzen auszublasen. Es ist echt verwirrend. Es ist echt überfordernd. Und wir haben erst 15 Babys. Und der Stream geht einfach schon siebeneinhalb Stunden. Oh Gott. Wieso habe ich gedacht, die 100 Baby Challenge geht schnell? Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Aber gut, Loki hat jetzt Geburtstag. Unsere Loki... Er hat einfach schon Level 6 der Kochfähigkeit erreicht. Loki ist ein Vielfraß und eine Katzenfreundin. Ja, cool. Du wirst... Eine vertrauensvolle Nachbarin. Dann kannst du hier jetzt auch gleich Geburtstagskerzen hinzufügen. Seht ihr, das verstehe ich nicht. Die hatten alle... Also, die hatte doch ganz andere Haare. Und jetzt auf einmal hat sie graue Haare. Als Kind hatte sie rote. Noelle ist zimperlich und dann halt sozial. Ach, ich klicke einfach nur mehr irgendwas. Ich sag's halt auch, wie's ist. Es ist mir halt auch ein bisschen egal. Weil die Babys, sobald sie erwachsen sind, sind sie dann ja eh weg. Ähm, okay. Schule ist doof. Ja, ja. Ja, 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 ja. Und Samo ist ein Vielfraß und ein schlauer Vielfraß. Schön. Schön, schön, schön. Und dann kommen die Torten zurück in den Kühlschrank. Gut. Perfekt. Ja. Clemens ist schon schwanger, oder? Ja. Gut, er ist schwanger. Könnt ihr alle nachträglich in die Schule gehen? Nein. Schade. Schade, schade, schade. Morgen hat tatsächlich niemand Geburtstag, dafür Samstag sehr viele. Ja, das find ich sehr blöd. Dann werd ich jetzt mit Clemens wieder wohin reisen. Er geht jetzt einfach mal nach Sulani. Und zwar... So Saphir-Küster. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und ich lass ihn mal ein bisschen, also im Schnelldurchlauf, schauen wir einfach mal, was er macht. Einfach damit ein bisschen Zeit vergeht. Bisschen Zeit tot schlagen, wer kennt es nicht. Okay. Clemens, mach Sachen. Essen bestellen. Hey, wait, war das nicht unser erster Mann? Der arbeitet hier als Essenslieferant? Also als Essens, nicht Lieferant. Der arbeitet hier und verkauft Essen? Echt jetzt? Ach so, doch nicht. Bin verwirrt. Clemens holt dir was zu essen. Du bist schwanger. Du brauchst Nahrung. Das ist wichtig für dich und dein Baby. Stellen wir uns mal kokett bei ihm vor und bieten ihm eine Rose an. Dann könnt ihr ja mal knuddeln. Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen, weil immerhin seid ihr eindeutig verliebt. Ihr kennt euch seit zwei Minuten. Okay, er ist nicht kokett. Ja gut, wir suchen uns schon einen anderen. Die wollen alle nicht so schnell mit mir zusammen sein, wie ich gerne mit ihnen zusammen wäre. Hm. Hm, hm, hm. Weil ein Baby machen hier im Wasserfall müssen wir eigentlich schon mal. Ach, ich lasse Clemens einfach mal machen. Der soll tun, was er will. Was tut er denn? Er setzt sich hier auf eine Bank und macht ein Nickerchen. Ach, schön. Das ist doch schön. Ein stinkender Clemens liegt hier und macht ein Nickerchen. Wir wissen nicht, wann das Baby kommt. Stimmt? Nein. Jetzt ruft Misty uns an. Du wirst es nicht glauben, aber Tomax Colette ist ja so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt. Ja super, Misty. Das freut mich. Oh, und jetzt fühlt er sich gut, weil er Amor war. Nenn mich einfach Amor, weil andere Sims verkuppelt hat. Gib Clemens einen Bogen und einen Pfeil. Amor hat jetzt Konkurrenz. Das ist sehr, sehr süß. Was hat er hier? Schmutzig und überhitzt. Oh no. Ähm. Clemens? Bitte nicht sterben. Wo bist du denn? Ach, da. Ich zieh dir mal deine Sommerkleidung an. Wenn du überhaupt welche hast. Ich hab keine Ahnung. Ach, schön. Der schwangere Clemens. Beobachten wir noch ein bisschen, was er so macht. Jetzt neppt er wieder auf einer Bank. Er ist ganz schön stinkig. Ich möchte einfach nur hier warten, bis das Baby kommt. Wir haben doch sonst nichts mehr zu tun. Oh, Glücksrad drehen. So. Clemens, was machst du? Auf Aquazischer herumfahren? Okay. Ah, das ist ein Aquazischer. Alles klar. Jetzt möchte er doch nicht mehr rumfahren. Jetzt möchte er verdorbenes Essen aussortieren. Es ist irgendwie spannend, wenn man Sims einfach mal machen lässt. Was sie so tun in ihrem Leben. Wenn man sie nicht kontrolliert. Also normal mache ich das natürlich nicht. Das wisst ihr, glaube ich. Aber ich mache es gerade einfach nur, weil wir haben gerade sonst nichts anderes zu tun. Und ich möchte ein bisschen die Stunden totschlagen. Ja, Clemens, was ist denn mit dir? Okay. Jetzt geht er noch schnell auf die Toilette. Dann müssen wir uns was zu essen holen. Und ich glaube, er pieselt sich einfach schon wieder ein. Und jetzt haben die Wehen eingesetzt. Ja, gut. Bevor die Wehen einsetzen, solltest du aber noch was essen. Ach so, das hat jetzt schon zu. Ja, das ist blöd. Das ist blöd. Gut, dann gehen wir nach Hause. Also, dann haben wir ein Christo. Christo. Kommt noch ein Baby? Monte. Da hätten wir Monte Cristo. Und dann noch ein Junge. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Julius. Okay. Trillinge. Juhu. Clemens und Rico haben Trillinge bekommen. Und dann haben gleich mal wieder alle Geburtstag. Am ältesten war ja Mon... Nein. Christo. Nein, da ist Christo. Wow. Ich bin verwirrt. Clemens, dein Baby hat Geburtstag. Dann wird auch Monte älter. Und dann wird auch Julius älter. Monte ist älter geworden. Und ist engelsgleich. Oh, ist das süß. So. Sobald die Babys älter geworden sind, werden wir uns mit Clemens wieder auf den Weg machen und neue Leute kennenlernen und wieder schwanger werden. Ach so. Ich kann gerade nicht. Und Christo ist unabhängig. Oh, als Babys haben die so oft so süße blonde Haare und dann werden sie sofort grau. Aber vielleicht ist das ja irgendwie so was Erbliches, weil Clemens ist ja auch noch ein junger Erwachsener und hat weiße Haare. Vielleicht ist das irgendeine Erbkrankheit, dass sie früh graue Haare bekommen oder so. Also, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es gibt doch irgendwie alles. Und jetzt hat auch noch Julius Geburtstag. Und auch er ist älter geworden. Und er ist unabhängig. Sehr gut. Dann hauen wir mal wieder ab und werden wieder in die Bar gehen. Wie immer. Wie sollte es anders sein? Das speichere ich jetzt einfach mal. Und hoffentlich lernen wir noch jemanden kennen, mit dem er Babys bekommen kann. Ich hoffe sehr. Na dann, gibt es hier überhaupt einen Techtel-Mächtel-Spot? Was ist das für ein Ort ohne Techtel-Mächtel-Spot? Ja gut, ich baue da mal schnell einen Schrank ein. Wo stelle ich denn den hin? Ich glaube, wir geben da einfach das weg. Zwei Klos sind genug. Ach so, die Wand darf da nicht sein. Okay. Oh nein. Hä? Das verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt diese Wand weglösche, dann lösche ich auch das weg. Was soll das? Warum? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das meine ich mit Sims. Ergibt manchmal einfach keinen Sinn. Da habe ich jetzt noch was weggelöscht, oder? Ja, den Spiegel da. Wow. Hm. Ja, ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. BB Move Objects. Dann lösche ich es nicht weg. Weil ich habe voll oft, vor allem bei Dächern und so, das Problem, dass es... Ach, perfekt. Dass es dann trotzdem weggelöscht wird, was ich absolut nicht verstehe. Dächer sind sowieso mein absoluter Erzfeind. So. Gut. Dann haben wir hier den Techtel-Mächtel-Schrank. Das passt doch perfekt. Gut. Ihr könnt gleich mal hierher gehen zusammen. Nein, wobei, dann redet die sicher mit euch. Bleibt noch ein bisschen da draußen. Wir werden ihm mal... Okay, nein. Beginnen wir mal langsam. Wir werden ihn... ...mit ihm über Fitness-Techniken reden. Das, was ein Clemens Frost ebenso mit einem anderen Clemens Frost beredet. Fitness. Ist eindeutig ihr Gesprächsthema. Okay. Jetzt wird Clemens von Clemens betört. Dann werden wir ihm einmal schmeicheln. Und dann gleich flirten. Er ist irgendwie schon schräg. Was da gerade abgeht. Beide Clemenses miteinander. Und sie sehen halt auch komplett gleich aus. Ja, perfekt. Dann küsst euch mal. Oh mein Gott. Clemens küsst Clemens. Was ist das? Und an dieser Stelle sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Bis bald.